hallo ja rt 7 rammer 4 4 ich hab grad nen Kader angeschaltet ich lass mich mal rum nein, da wird der 3-2 ins Goal ach so, ok, huiii fast huiii hilft uns dann überhaupt nicht guck mal hier hoch ne 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 danke ups ich kann ausersehen falsche Portal Replace wirklich gut geht das so? huiii ich bin irgendwie noch grad zurückgeleckt ich weiß nicht warum ne, es kann nicht so einfach sein dann setzen wir euch in 2 Daruna da ins und dann gehen wir mal tot ich seh gar nix warte, welches ist es dann? ist es Lilla? ist es Lilla? jaaaa ich hab's geschafft huiii hallo so, so, klar ok, ok, was ist da hinten so? äh, so ein Leberstahl der aus ist ein Portal äh irgendwas haben wir gefällt, glaub ich ganz Sinn Spielkind ok ne, irgendwas ist da oben in der Kammer geh, kannst du da hinten wieder hin? ja, du kannst da hinten wieder hin und zwar so, mach mal nochmal Dings an äh, ja, kann ich nicht ne warte schränk dich an ne, kann ich nicht dann komm nur runter daaa daaa da kannst du hinfahren ok, da und da du musst dir irgendwie da hin, gell? ja äh, hä? ne, 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 ne ohne er sagt dann eben gewinnen ne, ne, ne jump nochmal zurück mach den, schrei einfach nochmal so hin, dass der da oben rauskommt und da hinten in meinen, ja genau bisschen tiefer bitte bisschen tiefer rechts vor allem ja, noch ein Tee für gut hui da, 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 da da, da, da so, äh, nur zu den Beat tanzen, ja na, 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 na so, dann träg mal erstmal auf den Knopf stimmt, aber wenn wir hier sind, wir laaah so, ist ein Kuh ist grad runtergefallen wo dann? entweder runter halt ne, wo ist er dann? äh, der, ganz unten ins nix ist der gefallen ja, aber wo fängt man auf? also setzt ein Portugsaumort so, dann träg ich nochmal auf Kubuskopf und juhu! dann trinken wir nachher und gehen aber den Kubuskopf okay hast du, hast du wenn du nicht so dann gab's schon mal den da und durch da und durch und hier mal nur, ob das auch so klappt äh 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 wie du hast denn warum hast du den? Zufall hab ich auch gesagt AHHHHH ich bin aber doch haha schon da gefecht wollte ich grad selbst mal die Portugsaumort das mal den alter hin rüber leiten können was dann? äh laserstrahl wieso brauchst du nicht? all doch ... ne, dann mach das mal ja und ich mach dann doch Gold ne 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 los du stirbst jetzt Ja. Toll! Weißt du, wie so machst du das? Alter! Soll mich mal noch mal auf die andere Seite haben wir gerade den Laserstrahl? Nö. Ah, doch, ich will es wie geht. Ja, doch, ich will es wie geht. Wir müssen noch irgendwie noch auf die andere Seite. Weck ich gerade ein bisschen aufgehen. Wir müssen noch irgendwie auf die andere Seite. Nee. Dann brauchst du irgendwie die... Warte, 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 warte. Wie komme ich da drin? Ja, und ich sterbe. Toll. War doch witzig. Gehe. Ich fand das witzig. Veto? Jetzt müssen wir aber trotzdem neunt oder hohe, weil meine Portos weg sind. Ja, ja, ja. Hast du überhaupt ne Idee, was du da machst? Ja. Anscheinend nicht. Anscheinend doch. Anscheinend nicht. Weißt du noch, ne? Äh, warte. Dann setz ich meinst einfach hier hinten. Scheiße. Dann bin ich dann so dort hinsetzt. Oder ich sterbe. Standard, gell? Okay, ich habe es durch. Ein paar so. Wir gehen dahin. So. So. Ja. Schwimmen auf die einer Seite. Dann setzt du dein Store und so, dass man dort in die Kammer kommt. Ne. So. Dann setzt du mal den Kurs. Ja. Und dann, zack, fällig. Du, ich, dass ich offenbar auf die andere Seite komme. Und dann müssen wir noch Endportl umsetzen. Und zwar deins. Warte. Warte. So. Setz mal du dein gelbem Ziel. Oh mein Gott. So. Und weiter. Warte, warte. Oh shit. Oh shit. Geh runter. Dann kannst du nur. Oder so. Okay. Scheiße. Nee. So geht das auf keinen Fall. Na. Und du musst genau da auf die Höhe. Damit du da dein Portil hinsetzen kannst. Hä? Oh, warte mal. Doch, das geht. Das geht nicht. Wie bist du denn hierher gekommen? Mach dich einfach hier hin. Geil. Ich stehe vor dir. Ja, aber da müsste ich auch noch hin. Wie bist du denn hierher gekommen? Ja, so wie du gesprungen hast und gefällt hast. Achso. Das geht aber. Aber du solltest bestimmt mitmachen, das ist auch gerade egal. Gut. Und hier hätte ich 8 Uhr hin drin tapfen können, dann am Laserstag vorbei. Aber. Geht doch. Au, 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 au. Ja. Doch dann gestorben ich dich. Doch dann direkt hier haben wir so 18 Minuten blatt gemacht. Okay. Juhu. Ich warte eigentlich noch den Moment, dass man Lor an der Treppe vorbeispringt und dort reinsteckt. Hahahaha. Das ist ja auch geil. Achso, jetzt hätte man uns sollen für den Ladebildschirm machen. Jetzt müssen wir bestimmt noch einen Ladebildschirm machen. Ja, ja, klar. Egal, aber so sollte man das bestimmt nicht machen. Nee. Weil du wolltest extra eigentlich noch in eine weiße Fläche, damit du dein Portal dort hinselfen kannst, mehr dort hinkommen werden. Keine Ahnung. Ja, in diesen Runden eigentlich. Ja, ja, doch, doch. So war das. Genau so, ne? Bitte, nächstes Level. Geh einfach mal! Ehm. Ja, wir müssen ja irgendwas labern, weil... Okay, jetzt geht weiter, jo. Neeeeeeeh! Warte! Juuuuh! Ey, Ladebildschirm ist hier oben, ist okay. Okay, niemand hat das. Hui. Da kann man auf jeden Fall schon mal vorbeisieren. Und da. Und da, ja. Und dann kann man hier springen. Guck, so. Geh mal mit dem Knopf runter. Scheine Angst, dass du krass. Ne, du hast schlackstifft. Ist egal. Kannst du irgendwann doch runter? Ich schlapp ihn. Das ist auch witzig. Hältst du jetzt mal wieder auf mit mir rumzuspielen? Ne, ist grad witzig. Uuuh! Du wirst nie zu dem Bock gekommen. Nein, nein, nein. Okay. Uuuh! Mach mal was Produktives. Alter! Ich bin dabei. Hui. So. Soll schon ein Kokos, kein Trick. Fertig. So, da. So. Wo muss man denn Kokos hin lernen? Ich meine Ahnung. Ja, ja ne. Da oben! Da oben. War echt? Was ist denn Kokos hin? Ja, der ist noch so ein. Ey, wieso ist der noch, wieso man den jetzt rumerkrägen? Keine Ahnung. Du bist so scheiße! Das funktioniert, ich sah da. Das funktioniert jetzt nie im Leben. Wo bist du dann? Okay. Verarscht. Au! Au! Für sich erschlagen. Für sich erschlagen. Warte, warte. Das nützt die Sache. Doch, das nützt die Sache. Mach, lass los. Geh auf den Dingsmutter und dann passt das. So, dann. Gehen wir auch hier zwei Schritte weiter wie ich. Nee. So, guck mal, man soll das genau so machen. So, der Fall. So, ist egal, das funktioniert. Das stimmt. Warum auch immer? In keinem Ladebildschirm. Nein! Ich trinke euch mal ein Stück, aber du mal was. Jo, jetzt soll ich aber was labern. Ich muss mir permanent Gedanken hier machen. Hier schneiden, so was machen, Weihnachtsgeschenke, alles scheiß. Ah, ist die Cola gut. Fick dich. Gesundheit. Danke. So. Komm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Juhu! So, setzen wir auf jeden Fall mal ein Pottel hin. Und dann setzen wir ein Pottel da hin. Oh cool, setzen wir da ein Pottel hin. Juhu! Nee, wenn du das machst, stürben mach. Nee, stürben mach. Das mach ich nen Schammer. Wie kann man das gemacht hat. Hat gesagt, stürben mach. Kein Problem. Nööööö. Das fühlt sich so aus dem Hand gering. Oh. Okay, noch. Hier stehe ich. Juhu! Und stehe ich doch. Jep, das war gut. Ja, das war gut. Ciao. Ciao. Und weiter. Wäre ich auch noch nicht. Also, und so. Ich hoffe nur, dass ich nicht an den Stoffen statt. Wieso sind die hier? Scheiße, das stimmt mal nicht. Ich bitte mit der... Okay. Sag ich doch. Das hat er doch. Warte, können wir das nicht... Das muss irgendwie anders stehen. Nein. Haben wir hier nicht irgendwo noch... Ach, ich weiß, wie es geht. Ach Gott. Gut. Stoffen statt. So. Ach, schöne Idee, Wittgert. Und das bringe ich doch in den Schalen. Wenn ich dann ein bisschen hoch in den Schalen blieb, dann bringe ich das doch. Aber fertig. Zufall. Ja. Soll ich schon mal da in den Schalen gehen? Nee. Äh, wieso komm ich denn da raus? So. Juhu. Dann setz du eins jetzt. Tor hin. Nee, das funktioniert nicht. Was ist dann, wenn ich meine... Doch, das lila ne macht dor hin. Was? Wohin? Dor hin. Das lila ne? Ja, dann wäre ich hier in den Strahl. Und das bringt uns genau wo an. Nichts. Okay. Nee, naja, ähm. Warte mal, ich höre nicht hier noch so einen Knopf. Ich stelle mich auf den Knopf. Aha. Gut, okay. Wo bist du? Das hilft uns schon mehr. Okay, doch. Kann ich nämlich... Nee, scheiße. Das wollte du. Fail, Bob. Ja, das sterben hat nicht verliehen. Das muss ich sagen. Immer. Äh, äh, äh. Jetzt hat das für den Ladebildschirm. Nur wenn ich hier die fliehe. Ja, dann muss das halt nur mir schicken. Ich hab gar nicht eigentlich auf den Wettbewerbler. Danke. So. Wo bist du dann? Muss ich runter, gell? Ja. Schwer ist es nicht? Ja, einfach runter. So, dann übernehmen wir uns mit meinem nächsten Ladebildschirm. Okay, stopp. Fahrstuhl, Musik? Ja. Juhu. So, dann würde ich noch neben die Treppe springen. Hätte ich mal gesagt, mach mal. Was funktioniert. Oh, nee. Hoffentlich funktioniert es nicht. Hoffentlich funktioniert es nicht. Okay, das funktioniert nicht. Äh, Video. Hätte ich mal gesagt, mach mal LP Ende, oder? Jo. Alles klar. Bögel. Ciao.